willkommen zum kurseinführung in die sozialwissenschaften in dieser vorlesung werden wir diskutieren was sozialwissenschaft ist die interdisziplinäre natur der sozialwissenschaft und sozialwissenschaftliche forschungsmethoden also was ist sozialwissenschaft sozialwissenschaft ist das studium der menschlichen gesellschaft und der sozialen beziehungen es deckt ein breites spektrum an themen ab darunter soziale institutionen sozialer wandel globalisierung soziale ungleichheit und sozialpsychologie sozialwissenschaften sind wichtig weil sie uns helfen zu verstehen wie gesellschaften funktionieren und wie soziale interaktionen unsere welt formen durch das studium der sozialwissenschaften können wir einen einblick gewinnen warum sich menschen so verhalten wie sie es tun und wie wir eine bessere gesellschaft für alle schaffen können die sozialwissenschaften sind in